Das Dschungelcamp 2024 geht bald in die nächste Runde. Die ersten Kandidaten für das steht fest. Auch die Wollnies wollen mitmischen. Der Countdown läuft. Schon bald wird sich wieder eine Truppe mutiger Promis auf den Weg nach Australien zu machen, um dort im Dschungel ein entbehrungsreiches Leben zu führen und sich diversen Prüfungen zu stellen. Wer am längsten durchhält und in der Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer stellt, kann sich am Ende den Sieg und eine dicke Prämie sichern. Kürzlich wurde Heinz Hönig als erster Kandidat für das Dschungelcamp 2024 bekannt geben. Auch Cora Schumachers, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Teilnahme wurde schon bestätigt. Doch es könnte noch ein bisschen spektakulärer werden, denn endlich könnte sich einstellen, was viele Fans ohnehin seit Jahren vermuten, zieht endlich ein Mitglied der TV-Familie Wollny ins Dschungelcamp. Dschungelcamp 2024 gesellen sich Silvia Wollny und Peter Wollny zu Cora Schumacher. Die Chancen, dass Silvia Wollny 2024 dabei ist, stehen gut. Selbiges gilt tatsächlich für deren Schwiegersohn Peter Wollny. Beide haben sich nämlich vor noch nicht allzu langer Zeit zu einer möglichen Teilnahme an der RTL-Show geäußert. So entgegnete Silvia Wollny Anfang 2023 auf die Frage, ob sie Lust auf, ich bin ein Star, habe, ja, warum nicht. Gefühlt ist ihre Teilnahme längst überflüssig. Silvia gehört zu den Reality-TV-erprobtesten Promis Deutschlands, nahm auch schon an, Promi Big Brother, teil und schnappte sich dort den Sieg. Das sagen Silvia Wollny, Sarafina Wollny und Peter Wollny zu einer Dschungelcamp 2024-Teilnahme. Auch Sarafina Wollny und Peter Wollny fragten wir bereits 2020 im Interview. Könnt ihr euch vorstellen beim Dschungelcamp mitzumachen? Nachdem Peter auf bei Instagram Interesse an einer Teilnahme gezeigt hatte, klar doch, so schlimm kann das für mich nicht sein. Das würde ich mir sicher mal durch den Kopf gehen lassen. Aber, ob ich es dann wirklich machen würde, weiß ich nicht, hatte er uns damals entgegnet. Langsam wird es Zeit. Überrascht er uns bald mit den großen News? Sarafina Wollny wiederum schien von dieser Idee im TV-Movie-Online-Interview weniger begeistert zu sein. Eher nicht. Aber als Mama letztes Jahr bei Promi Big Brother mitgemacht hat, haben wir natürlich jeden Abend die Sendung geschaut. Das war total aufregend. Die Chancen, dass sie 2024 teilnimmt, sind noch geringer. Immerhin ist sie mittlerweile dreifache Mutter und betonte gerade in einer Fragerunde, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder aktuell für sie an erster Stelle stünden.